Seid gegrüßt! PC Games Hardware baut den Seil im PC, also einen möglichst leisen, vielleicht sogar unhörbaren, aber trotzdem voll spieletauglichen PC. Einer der Aktionspartner ist Enermax und in diesem Video zeige ich euch, welche Hardware von Enermax bei dem PC zum Einsatz kommt. Wie man hier schon auf den ersten Blick sehen kann, das Netzteil hat eigentlich an allen Seiten relativ große Öffnungen, relativ luftig gestaltet. Also woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass das Netzteil ein vollkommen lüfterloses Netzteil ist, also für den Passivbetrieb optimiert und spezialisiert. Dementsprechend sind auch hier im Innenraum Kühlkörper mit einer besonders großen Oberfläche, wenn man das mal mit anderen Netzteilen vergleicht, verbaut. Und was wichtig ist beim Betrieb, da gibt es auch extra einen Zettel, der schon beiliegt, der so um das Netzwerk gebunden ist, diese Seite sollte nach oben zeigen ins Gehäuse. Das ist eben deshalb wichtig, damit die Wärme sich nicht staut, sondern dass sie halt nach oben dann ein bisschen ins Gehäuse entweichen kann, weil irgendwo muss ja die Wärme dann trotzdem langfristig hin, wenn wir keinen Lüfter verbaut haben. Das Netzteil ist ein 80 plus Platinum-Netzteil. Man sieht auch das Logo auf der Verpackung schon davon. Das ist auch kein Zufall. Also das eine ist natürlich erstmal, dass es, wie man sich nennen kann, eher hochpreisiges Netzteil. Dementsprechend erwartet man sich auch eine hohe Effizienz und die bietet das Gerät auch. Aber es hat auch einfach praktische Vorteile, denn ein sehr effizientes Netzteil hat ja wenig Abwärme, die abgegeben wird, weil natürlich einfach die meiste Energie direkt den Komponenten zugutekommt. Und ein gutes passiv gekühltes Netzteil wird daher immer eine sehr hohe Effizienz haben, weil ich mache mir ja sozusagen nicht mehr Aufwand als Netzteilhersteller, das wegzukühlen, wenn ich einfach ein effizienteres Netzteil bauen kann, bei dem ich weniger Wärme abführen muss. Also das ist ein Merkmal, was auch hier wirklich wichtig ist. Wir haben zum Beispiel bei halber Auslastung ungefähr knapp 94% Effizienz und sogar bei 10% haben wir schon über 86% Effizienz. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil von dem Gerät. Was wir hier auch sehen können, es ist halt voll modular. Das heißt, es ist kein Kabel vorinstalliert. Wir schließen also nur wirklich die an, die wir benötigen. Das hilft uns natürlich, weil wir dann nur die Kabel auch anschließen müssen, die wir brauchen und einen aufgeräumten Innenraum haben. Wie man das von einem Premium-Netzteil erwarten kann, gibt es natürlich eine ganze Menge von Schutzschaltungen, also Unter- und Überspannungsschutz, Kurzschlusssicherung, Überlastschutz, Überstromschutz und auch ein Überhitzungsschutz natürlich, der hier wie gesagt besonders wichtig ist, weil wir ein passiv gekühltes Netzteil haben. Von der Leistung, da können wir uns hier mal das Schild ansehen eben. Also wir haben auf den 3,3 und auf den 5 Volt Schienen haben wir 20 Ampere Leistung und wir haben zwei 12 Volt Schienen. Das heißt, das ist also ein Multi-Rail-Netzteil und da haben wir 30 Ampere und das ist absolut ausreichend für jeden Spiele-PC mit einer Grafikkarte. Zum Beispiel in unserem Fall, wir bauen ja eine GeForce GTX 1070. Das steht schon auf der Packung, wir brauchen 24 Ampere auf 12 Volt und da legen wir mit diesem Netzteil von Anamax mit einem guten Puffer drüber. Unser Netzteil liefert nicht nur Energie für die Komponenten, sondern lässt sich auch noch verbinden, um weitere Konfigurationen zu ermöglichen via Software. Und da kommen wir ja auch schon zum Namen, das heißt ja nicht Fanless, sondern Digi-Fanless. Was ist jetzt so Digi dran, also digital? Das Netzteil lässt sich einfach verweiten via Software, das heißt man kann zum Beispiel zwischen Single und Multi-Rail umschalten oder auch den Auslösewert für die Schutzschaltung. Zum Beispiel bei den 12 Volt Schienen lässt sich dadurch auch ein bisschen variieren. Man kann auch Effizienzwerte und ein paar andere Daten auslesen. Das heißt, wer eben nicht nur einfach einen Energiespender haben will, sondern auch noch Konfigurationsmöglichkeiten haben möchte, für den ist diese digitale Schnittstelle interessant. Für uns bei dem SILIM-PC wird das allerdings keine wichtige Rolle spielen.